Musik 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 Ich hol dir mal ein paar meine Sachen Moment, wie, ähm, craftet man Bücher nochmal? Was? Was? Flo, du hast geschrieben, hier wohnt Flo Wie? Wie, wie, was hab ich geschrieben? What? Also deswegen hat er so komisch ausgeschaut Hier wohnt Flo Oh Es wären noch 3 Schilder da gewesen Natürlich egal Hier wohnt Flo 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 Ja Dann Hier wohnt Flo Plippüper Weißt du wie viel Redstone wir bis jetzt haben? 4 Sticks Echt? Schau in die Kiste Naja, ähm, ich meinte jetzt bevor wir in die Bauchfalte gegangen sind Ach so ein Stück Platz Ja genau eins Ist voll cool, Bert Männlich Äh, ich geh mal Fichtenholzklopfen Okay Weißt, worunter können wir unseren Spissenlaum auch ausfüllen mit Schlichten Oh, okay Oder so Ich hab dir eine Türe übrigens mitgebracht Wow, danke Danke Aber wieso kann man, wieso kann man die nicht stacken? Das nervt Es gibt so ein Mod der heißt Morst Deck Ables Da kannst du, ähm Schilder stacken Äh, Schilder kann man eh so auch stacken, oder? Ja, aber noch bis Nein, bis 16 glaube ich noch, oder? Ja, und ich glaube mit Morst Deck Ables Mod kannst du die bis zu 64 stacken Und die Türen auch um die Beten Ah, das wär, das wär Mann, wieso ist das nicht den Also wirklich jetzt in Minecraft so Das nervt einem wenig Ähm, und ja ihr seht übrigens Achso, jetzt hab ich dir eh schon gesa- Sorry für unterbrechen und so W- was läuft Ähm, hab ich dir eh schon gesagt Das wär geil, wenn's so Fichtenholz drohen geben würden und so, oder? Achso, ja Moment Aaaaah Ich glaub ich hab schon Alzheimer Alter Ich muss hier mal was nachschauen Nein, das lass ich jetzt so Ich hab jetzt vergessen, eine Truhe mitzunehmen Ich nehm jetzt einfach die Ich nehm jetzt einfach die Und ja, das Dach Hab ich gerade gesehen, da fehlt noch ein bisschen was Echt? Ja Ich gebe im Moment Was ich gebe im Moment Ich gebe inzwischen meine Sachen daran Achja, soll ich uns beiden eine Eisenrüstung machen? Na, Eisenrüstung? Ja Joa, kannst Ist hier noch was drin? Ich nehm mir hier mal einen Ofen Ich nehm mir hier mal einen Ofen Oder besser gesagt zwei Mach das Und dann kann ich nehmen Hallo mein Schatz Ich liebe dich Den 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 Okay Men Ja, ja Ich will nicht werben machen Und Ich hab noch keine Crafting Ah, Entschuldigung, eine Mach was Box Mach was Boxi Ja Warum jetzt sie nicht eigentlich was machen Sachen? Ja, das wär ja voll cool Danke Hallo mein Schatz Ich Echt? Flo kennt das Lied glaub ich nicht Nein, kenn ich nicht Aber du kennst die Band Piep 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 Nein, die kenn ich leider nicht Lass die Leute bla 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 Achso Ja Du kannst ja eh den den Bandnamen sagen Ja, die erste kennst du ja, oder? Ja Ja Die Das Lied ist von den ersten Man schaltst wieder Monster an Achja, das sollten wir auch nochmal machen Ja Ja, das machen wir dann bald Moment Das war Okay, Moment Schuh Und empfiehlt die Videos weiter, ne? Ja Ich schreib jetzt immer beim Also am Anfang des Videos steht dann nämlich immer Wie Und den Stöner vergessen Kommentieren Nein Bewerten und kommentieren nicht vergessen Und favorisieren Ne, weiß ich nicht Ähm Also Das war jetzt ein Ich Sorry für den kurzen Ich bin mal kurz Sorry für den kurz, ne? Äh Ich mute mich mal für zwei Minuten, weil Ich was schauen muss Okay, oder machen wir gleich mal, ähm Kurz Aufnahmepause, weil ich Ich muss kurz was trinken und so Ja, dann machen wir mal ein Aufnahmepäuschen Okay, bis dann Bis dann Bis dann Hallo und willkommen zu Let's play together Natürlich wieder mit Stefan Hallo Ja Ja Und spielen auf Server Achtung wie du noch einmal Und ja Das letzte Mal waren wir dabei Die Rüstung weiter zu machen Ähm Okay, Moment Ich muss Ich muss Ich muss Ich muss Ich muss Ich muss So Wie ging nochmal die Hose Die Hose Die Hose Äh In der Mitte zwei Feierei lassen und so wie Und halt drüben Ja So, danke So Und Schuhe, willst du die aus Gold oder aus Eis Weil ich habe eine, also ich habe Schuhe aus Gold Warum hast du die aus Gold? Hat der Dominik gemacht Also wie du willst Nee, ich mach sie, ich will sie aus Eisen Okay, dann Ich mach mir auch gleich welche Ähm So So Dann zusammen Und aus einem Steak und 21 glaube ich sind jetzt Nummer 37 über Ähm Wo bist du gerade? Im Haus Echt? Ah ja, hier bist du, Moment, rede ich davor So So Hier werfe ich dir jetzt deine Rüstung her So, hier deine Rüstung So, hier deine Rüstung Thank you, Beri Fudge Beri Fudge Beri Fudge Haben wir denn nicht schon mal eins gemacht? Nein Gut, dann machen wir das jetzt einfach so, ich stehe die Wolle Warum machst du? Oh, Entschuldigung Hast du die Wolle? Sie war eine Rüstung gedamaged Echt? Ja Entschuldigung Nein 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 Nein, das ist ja wurscht jetzt Ähm Das wäre ja So Hast du jetzt die Wolle genommen? Ja, ein Stück lang Was, dann kannst du mir die Drohe geben oder hinwerfen? Was, danke? Äh, sorry Leute für die Unterbrechung, ah Ja Ach so Man braucht ja fürs Bett braucht man ja 3 Wolle Ja Ja, und ich hab nur 2 Hihi Hier tut es re... Turt? Turt? Hier tut es regnen Hier tut es regnen Hier tut es regnen Was läuft? Hier tut es regnen Halleluja So Jetzt hast du auch ein Bettchen Ach so, du bist ja jetzt nicht ums Server Ja, warte mal Warte, ich brauche eh ganz kurze Tage unterbrechen Wir sehen uns gleich wieder Ich bin Fl schade Warte, ich bin Flö어�se Untertitelung des ZDF für funk, 2017